Die Dorfgemeinschaft Neustadt-Gödens hat mit ihrem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am Samstag ein schönes Fest auf die Beine gestellt. In der Ortsmitte hatten die Vereine ihr kleines und gemütliches Bodendorf aufgebaut. Dort bereiteten sie den Besuchern mit Punsch und Glühwein, Kaffee, Kuchen und heißen Waffeln, Adventspommes, kleinen Spielen und weihnachtlicher Musik, unter anderem von Posaunenchor Gödens einen gemütlichen Adventsnachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020